Hallo ihr Lieben, heute habe ich richtig leckere Waffelrezept für euch. Das ist auch genau passend für die Jahreszeit und das sind die besten Waffeln, würde ich sagen. Für den Teig brauchen wir 350 Gramm Mehl, 250 Milliliter Milch, 150 Gramm Zucker, drei Eier ein Päckchen, Vanillezucker ein Päckchen, Backpulver und 70 Gramm Butter. Ich habe erst einmal die Eier mit dem Zucker, Vanillezucker cremisch geschlagen, dann die Butter und die Milch hineingegeben. Das Mehl habe ich mit dem Backpulver vermischt und gebe das nach und nach hinein und habe den Teig vorbereitet. Und hier könnt ihr dann die Konsistenz ganz genau sehen. Ich lasse den Teig so ungefähr 10 bis 15 Minuten ruhen, dann wird das gebacken. Also ihr könnt entweder einen großen Löffel nehmen oder eine Kelle und dann könnt ihr die Waffel nach und nach in Waffeleisen backen. Wie lange ihr die backen möchtet, also wie braun ihr die haben möchtet, ist natürlich euch überlassen. Also eine Waffel wird dann so ungefähr in ein bis zwei Minuten gebacken. Also bei mir war das so. Ihr könnt auch in den Teig ein bisschen Kakao hineingeben, dann habt ihr Kakao Waffeln oder ihr könnt das auch richtig weihnachtlich gestalten, Weihnachtsgewürze hineingeben, ein bisschen Zimt. Es ist alles euch überlassen. Ich habe ungefähr 15 Stück daraus bekommen, habe die dann auf einen Servierteller gegeben und ein bisschen Früchte daneben serviert und reichlich mit Puderzucker bestreut und eine Kugel Eis darüber gegeben. Das war richtig, richtig lecker. Probiert das unbedingt aus, kann ich nur sagen. Also... Und...